Oh, ich bin tot! Da kommt ne AWP und ne M4 hinter uns. Hm, das ist ja doof. Ein wenig, ja. Tja, manchmal hat man halt Glück. Bist du schon wieder rausgeflogen, Malte? Dass es aber zum Glück dieses Mal in der Aufheimphase war. Oh, das war aber ganz schön knapp. Hast du irgendwas gemacht? Wenn er die Aufnahme startet, dann musst du erst OBS starten, dann CSGO und nicht andersherum. Hab ich nie. Achso, der hat OBS nie an, oder was? Stopp, Afqa. So. Ehrlich? Das ist immer nicht euer Amst. Was? Wenn ich tot bin und dann Afqa gehe, das ist ja was anderes. Anfänger ohne Afqa zu gehen. Das wünschte ich jetzt auch nicht. Hallo, ich muss meine dünner Reste wegbringen. Das kannst du doch später machen. Ja. Ne, die lagen so neben mir. Die lagen neben mir. Die lagen neben mir. Die lagen neben mir. Hallo, die lagen neben mir. Da konnte ich sonst nicht spielen. Wieso wurde ich jetzt... Ich hab mich jetzt schon von Patrick bekommen. Wow. Du bist mir voll in der Reinkirante, Alter. Ich führte jetzt auch den Dünner immer ganz auf und hab keine Reste. Davon mal abgewöhnt. Ja, manchmal, manchmal... Wir haben McManus verloren. Wir haben McManus verloren. Ich bin leider in der Mitte hingeblieben, aber... Hi Randy. Einer hat noch auf Kotz. B. Kotz hat noch 7 HP. Die verschieben zu B. Ja, deswegen gehen wir jetzt auch zu A. Ja, ich sag's nur. Das ist Sinn der Taktik. Haha. Wir haben Alex verloren. Wir haben Alex verloren. Alex tot in 3, 2... Halt die Fresse, Mann. Komm. Och, Mon. Den hab ich gehört. Danke. Äh, äh, ja. Die haben uns so ziemlich gekriegt, würd ich sagen. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich hab meinen Assist gekriegt. Da ist er. Mit denen in der Mitte... 60 in 5. Ja, na gut. Hätte ich mal eine USP gehabt für gestern, ey. Ich glaub, die haben alle Hitze, ey. Ey, sag mal, gestern die Runde mit der USP waren geil, ne? Die erste Runde bei uns müssen die USP von den Gegnern gestoppt haben, 4 Kills und dann beim Gegner. Wo ich ja noch verkackt habe, wird die Bombe entwerfen. Äh, der hat Handeln auf Bewährung. Der hat gescampt, der Typ. Handeln auf Bewährung? Was gibt's? Ich würd sagen, mit Deal Force auf Deal. Okay. Come on, let's go. Die Tech-9. Eine vollautomatische MP. Wow. Nur auf Reden zu schwingen. Tötet Menschen. Bam, 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 bam. So ungefähr? Genau. Ich hab nur eine USP. Gott. Wo? Gott ist tot schon. Du Behinderte! Dino! Ja, ich hab gedacht, der ist da in den Smoke gegangen. Ähm, einer hat 82 Weltkitchen. Genau, der hat 82 HP. Der hat keine 82, der hat 50er gefressen. Zwei Kitchen denn. Zwei Kitchen? Ja, die sind aber wieder rausgegangen. Ich komme! Ich komme! Tilli! Saven die ihre Waffen oder was? Saven die ganze Zeit ihre MPs? Ja, noch unsere Scheine. Im Connector. Oh. Und Journal. Klar, und ich kassiere jetzt den Heli 50er-Hit. Der hat einen 50er-Hit, Patrick. Der hat schon 2.000-Hit. Christwin. Hast du dich nicht gecheckt, Mike? Einer hatte 82er-Hit und der andere hat einen 50er von mir bekommen. Ich hab den kaufen, ne? Ich hab den nicht geholen. Ich hab den nicht geholen. Ich hab noch einen P. Ne, wir können also kaufen die anderen. Ja. Oder? Ja, 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 ja. Let's go! Hallo! Wie geht's dir, Randy? Hey, ganz gut. Oh, wo ist denn der? Ach ja. Smoke! User left your channel. I'm throwing smoke! I'm throwing flashback! I'm throwing flashback! Ja, genau. 44 und 3 mit einer AK. Grenade! Die haben immer das 4. Ist da überhaupt nicht beinahe drin? Geht's? Ja! Ja! Schönen Punch-Rick. Schönen Tino. Wo hast du den geholt, Tino? Äh, der kam aus Fenster. Einer ist noch, äh, einer... Oh, einer, Alex, Alex! Ja! Einer ist Mitte, Mitte. Da war noch einer. Das war sehr laut. Schön, Alex. Mit der AK hat das jetzt in letzter Zeit, ne? Ich hab' dich. Oh! Zwei Headys. Gehst du... Gehst du auf... Da war der! Kitchen! Ja, Kitchen! Ich hab's gesehen. Und der andere ist B. Hä? Ist nur noch einer, du Witzballer. Ich glaub' auch B. Nein, Kitchen. Ja, der ist Kitchen! Ja, das ist der letzte. Ach, come on, ey! Damit hab' ich noch Probleme. Da war Kitchen, pass auf, ne? Rechts, links... Ja, aber mein Handy war auch bei Paddecks wegen... Schusschen! Fuck! Ich find's so geil! Ich find's so geil! Er hätte er sich umgedreht, dass er das Beste da noch gewesen wär. Hallo! Hallo! Umdrehen und er gibt mir nen Handy, ja. Das wär natürlich... Alter Drop! Ich weiß, ich hab's schon gesehen. Ähhh... Wurrst ne AWP haben? Ja, das ist bei mir irgendwie manchmal dieses... Ich weiß nicht, dieses unkontrollierte Schießen, wo ich dann einfach so denke, so... Ach dooooh! Mhhm... Ach Schwede, ey, bist du dicker geworden? Mhhm... Smog! Smog my stairs. Mach mal, ich stell mich hier hin und esse meine Pizza. Ich glaube, das Deck ist eine Deagle. Schalte hier unter, jetzt noch einer. Oh ne, da hinten, euer Kackegg, der ist im Kackegg. Vor dem Kackegg. Jaja... Die AK ist wieder so scheiße, 83 in 3. Vielleicht ist dein Aim einfach nur scheiße. Nein, ich mach so viele Hits und so wenig damage. Ist der am Kackegg tot? Ja. Blende auf B dann. Blende es jetzt auf B, bist du uns verarscht? Das ist sehr gefährlich, wenn du failst, ne? Wow. Der war immer noch hier, Mann. Ja, tch... Wir haben A gecreate. Dann, 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 dann versuchst du... Und klickst du nicht den Spot? End. End. Von... Mitte? Ja, Connector. Ja, Connector ist ja... Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Connector, Tino. Normalerweise sind die Gegner so intelligent im Wechsel, weißt du? Kurze. Ruder auch nicht. Tino, der kommt kurz oder oben? Kurz, 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 kurz. Ja. Nimmst du die M4 bitte mit auf kurz, Alex? Darf weiter vorne? Für mich bitte. Ja. Patrick, normalerweise sind die Teammates auch so intelligent und blicken auf dem Spot, den man gecleared hat. Jetzt, Malte? Wenn ich eine Waffe kriege von Alex? Dann ja. Oh nein, jetzt habe ich. Aber nein, jetzt hat der die M4, der kann damit auch gar nichts. Natürlich. Und genau aus diesem Grund, Alex, bringe ich hier keine AKs mit. Weil ich so gut spiele mit der AK gerade. Nein, weil ich noch keine M4 ist. Was war das denn für eine Flash? Wer war das denn? Ach, Alex. Wieso kommst du denn mit? Ich mach das extra. Weil ich eine Affe hatte. Und ich hab nicht mal geflasht. Doch, ich hab geflasht. Ich hab deine Flash verstanden. Dr. Schebel, ehrlich. Ich hab Flash Bank out. Ich hab deine... Da hat schon einer durchgepusht, Leute. Wo ist die gepusht? Hinter euch, oben. Rechts, da. Links. Einer von hinten, Malte. 40 HP. Ist oben drauf. Danke für die Ansage. Also wenn man das im Overwatch sehen würde, ist er das übelst in der Wall-Hack aus. Einmal reiß ich sinnlos nach oben, rechts. Ich hab mich erschrocken, ey. Weißt, ich geh da so durch. Auf einmal kommt einer aus dem Smoke gesprungen von den Gegnern. Ich geh mal mal eben was zu trinken holen. Mach das. Verkauft. Einer war Kitchen. Kitchen? Ja. Boah, jetzt. Der ist zurückgegangen. Richtung Window. Schönen. Nice. Noch einer. Noch einer Kitchen. Der hat 32er Hit. Der ist schon raus, der ist schon raus. Ah, fuck. Ah, seine Steps gerade gehört. Ah, seine Steps gerade gehört gehört. Oh, das hat die Planung gemacht. Wir sind gegen die Terroristen. Aber den Plant noch durchbekommen gegen 30. Ganz gut. Patrick muss die Droppen ändern. Ne, ich hab's schon. Was? Patrick muss sich auch selber erstmal ne Waffe kaufen. Weil irgendjemand hat nicht so viel Geld. Ja, die haben am Anfang noch zwei Nades erneut. Deswegen versuche ich jetzt einmal mal A durch zu rushen. Und dann kommt immer ne Smoke und dann noch ne Nade. Oh, es ist beinahe aufgedreht. Beinahe aufgedreht. Nice. Noch einer. Wo gehen wir hin? Hoppa. Habt ihr A gecleert? Pass auf, da kommt CT was. Connector ist einer drinnen. Hm. War drinnen. Meine Taktik hat gut funktioniert. Also hätte ich die beiden eventuell tun. Was leider nur ne McTedden. Jungle. Jungle letzte. Ja. Danke. Tut mir echt leid. Ich hab nur noch ne Nade. Thanks. Dann sagst du bedankt, dass ich wenigstens. Schön Patrick. Tut mir übelst leid. Wenn du mir ne M4 mit bist, dann nehm ich dir das nicht so. Böse. Hier lag keiner. Ne, ich mein jetzt. Achso. Dino. Alex hat meine AK, aber du kannst sie selber kaufen. Na gut. Oh, ich hab einen perfekten B-Spawn. Hm? Ich mach mit dem A. Äh, A. Ich mach mit dem A, Mike. Gut, zwei Abends. Wir haben halt die Nades am Anfang in der Hand. Deswegen geht's um Rush bei denen eigentlich relativ easy. Aber man muss aufpassen, dass die jetzt nicht dich nicht machen. Ich geh aber die Russen, meine ich. Ja, weil Pell ist ja eventuell. Die Russen Dings. Achtung. Da war einer. Unterholz, oder? Und Unterholz und CT. Wo ist der lang, Alex? Ist der rot der Unterholz? Weiß ich nicht. Ne, der ist hinten wieder auf die drauf. Du neck. Meist legen wir in der Mitte. Alex komm zurück, Hilfe bitte. Ja, ich stehe. Ich komme, ich komme. Ich komme, Patrick. Ich komme, ich komme. Ich komme, Patrick. Ich komme, Patrick. Und Stairs, Stairs auf. Ach du Scheiße. Der hat Pipes. Danke. Ja, ich brauche Hilfe hier. Tino. Was ist da? CT spawn, das ist nämlich auch was. Warte, CT spawn kann ich nicht. Recht, Alex, recht. Ich hab CT. Ja, da ist aber einer. Letzte ist CT. Letzte ist CT. Kann man hier schnell nicht blenden? Ne, ne? Du kannst hinter der Kiste auch, Richtung Kopf blenden. Ich weiß. Was ist das da? Er stand alle einfach. Ja, ist ja egal. Ich wollte leben. Ey, glaubt mir, Tino. Ich war so am Arsch, Alter. Ich war unterholz und CT stand einer. Stairs stand einer und im Jungle stand einer. Umzingelt vom Gegnern. Ja, du bekommst die nur Pistolen. Ey, und genau den Patrick, den habe ich die ganze Zeit gesucht, bis der dann noch einmal in der Mitte war. Weißt du, weil der wieder oben, dann ist er irgendwie zurückgegangen. Ich so, wo ist der denn jetzt? Ja, ich wollte ihm auch die Awe nicht droppen. Let's go, my brothers. Guck mal. Ist immer dumm, wenn so ein Gegner einmal einen Meter vor dir rauskommt mit einer AWP. Ja. Huch. Ich weiß nicht, manchmal mit so viel... Alte Flash. Cool, du... Jetzt ab. Der kommt los. Der kommt los. Der kommt los. Grenade. Stairs clear. Hier ist clear. A ist clear. Bei mir ist einer. Oh, doch. Ich habe ihn noch nicht in die... Ist der wieder runter? Ja. Ja. Oh! Jungle hat gleich eine M4. Jungle letzter Jungle hat eine M4. Hat mir Insta... Hat mir Monsters gegeben. Geht Richtung Kitchen raus. Geht Richtung Kitchen raus. Also ihr könnt eh... Es ist nur noch eine andere. Ich weiß. Dann werden eine M4 für mich. Safen wir da? Ja. Schmücke. Schade. Ich weiß nicht wie du spielst, meine ich glaube ich. Naja... Der hat... Der ist komisch gesprungen. Man. Wärst du ein Problem mit dich die Flash weg zu lassen in der Mitte? Ja. Äh ne. Kann ich machen. Gut, danke. Ja. Kann ja sein wenn sie... Wenn sie wissen wie ich spiele dann kommen aber die Nades auch nicht mehr rein. Weißt du? Dann bleibe ich einfach mal defensiv und gucke ob einer... Ja gut. Und gucke ob einer durchläuft. Flaschbank. Unterholz oder wieder im Kack-Eck. Ich... Äh... Molle da mal zu. Der ist 7-0s oder was? Ist der denn im Platz? Pannels kurz. Pannels? Einer kurz. Kurz. Äh... CD. CD ist einer. Kitchen... Ja, CD spawnen wir einer. Nee. Kein Telefon jetzt so. Smoke! Boah! Der hat ein 27-Hit nur. Oh Leute. Kommt er da reingefuscht. Ja. Könnts... Oh geht der hin Mike? Kannst B gehen. Äh äh äh... Bin doch mit Alex. Alex. Die Bombe holen und auf B gehen. Das ist ne Box. Das ist der Plan. Einer ist CT. Äh... Einer ist Connector. Einer war kurz vorhin aber... Ich hab den getippt. Nö. Aber das war nicht der. 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 Weil die Pepsi kommt jetzt irgendwie die ganze Zeit wieder... Geil. Braucht denn jemand nen Drop? Nee. Der Pepsi hat so viel Kohlensäure auf einmal. Komisch. Ungewöhnlich für Pepsi. Nein. Also... Extrem finde ich gerade. Also nicht... Fünfzig Prozent Pepsi. Fünfzig Prozent Kohlensäure. Pass auf Tino. Lass die Bombe fallen. Der pusht manchmal hier. Oh nein. Die rücken mitten hoch. Wie viele? Wie viele? Einer. Ach. Die pushen mitten hoch. Ja. Einer. Malte. 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 Jo. Wo? 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 Warte Mike. Smoke. Oh sorry. Oh. Palace oben. Jungle. Palace. Palace Mike oder? Palace Link. Kurzes was. Palace ist scheinbar wieder rausgegangen. Könnte Action kommen Mike. Smoke. Action. Den B auf Spot. Blend. Noch drin. Warte malte. Kommt jetzt raus. Ja, aber der... Der von City hat mich halt etwas irritiert. Das ist ja der letzte. Achso. Sorry Alex. Tino, was geht bei dir? Warum immer ich? Wie viel HP hat es gebraucht? Nein. Ey, das war ein Pieck. Es war drei Klok 18. Ein Klok 18 Schuss über die andere Seite. Ja, und ich hatte nur zwei HP unter sowas. Oh Gott. Tino, das ist der zweite Teamkid. Ey. Du darfst nichts mehr machen, Mann. Nein, ich mach... Oh Gott. Du darfst, wenn du glaube ich nur noch einmal anschießt. Das reicht schon. Nein. Du darfst nicht mal zusammen. Was geht denn? Was? Das war ein Klok 18 über die ganze Map. Hm. Ja, gleich. Flamingo Flashback. Nein. Ich krieg den Hit rein, Leute. AWP City. Und Jungle auch einer. Hinter uns ist gefallen, Leute. Smoke. Flamingo Fire. Flamingo Grenade. Burn. Hör, ich war oben. Ich hatte die Verrückte gedroppt. Oh Mann. Kotz. Ah, nee, war links. Kotz war einer. Nein. Nee, aber er war im Jungle, der. Der war aber im Jungle. Kann droppen. Halte. Ein Need Drop. Ja, gib mal, gib mal Naka. Du umfing. Danke. Hier liegt noch einer. Let's go. Victory awaits. Wie stehen denn diese auf B? Aufs LKW, oder? Äh, ja. Entweder auf LKW oder pushed. Fast, oder? Ja, hinten. Hinten. Ja. Achtung, Nate. Junge, Mann. Ich hasse es ab und zu durch den Nate. Du siehst es nicht. Krötzt mich. Denk, Alter. Denk, Alter. Was? Puscht der? Nee. Puscht er nicht. Doch, jetzt er. Er kommt vor, Mai. Ei, Alex. Ach, come on. Da war ich zu hoch. Das hasse ich, wenn ich weiß, dass ich zu hoch bin und ich... unterziehen kann. Na, Mike, wie ist es so? Alleine. Wenn wir uns echt eine Minute warten, kannst du mal verrecken. Ist er nicht grad links? Da ist er voll aus, als er da durchgesprangt und... Mike dachte, ja, Mann, nö. Und Mike hat einfach Glück, weißt du. Uns fegt er weg wie sonst was, dieser Problem. Ja, ja. Ah! Du, Alter, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Verarschung, ne? Das ist ein Faggot, ey. Mike hat immer so ein übles Glück, ey. Mike und seine Jolo-Aktion. Scheiße, wie da war der Typ? Oh, lol. Gibt's gar nicht. Bei Mike treffen sie halt auch nicht, ne? Nee, gar nicht, irgendwie. Der hat bestimmt irgendwas an, damit die Kugeln so rechts-links vorbeifliegen. Ja, den Matrix-Hack. Schildschild. Wie heißt das, der Film? Matrix. Oh, ja, nice. Alter. Heldergebild. Ja, wie heißt der Film, Patrick? Wo einer? Telefon, hast du doch gehört. Telefon, ist gegangen. Oh mein... Lo-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Alter! Hat er jetzt nicht gemacht, oder? Ey, das glaub ich nicht. No Scope. Auf die Entfernung, ey. Ey, ohne Scheiß. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ey, das ist sowas von Hack, Alter, das geht gar nicht. Lass mal einen Losdruck machen. Vor allem der andere trifft ihn. Ich dachte schon, jetzt ist Mike eh tot, weil er die Pistole ausgepackt hat. Dann hockt er sich den Osdruck dahin und drückt ihn um. Hallo, ich hab ihn aber scheiße vier Hitzecken eingedrückt. Ja, Merke, ganz verstanden. Der ABP hätte in den Kurzum gewidmet. Hilfe, 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 Hilfe. Ich hab ein Problem vor mir. Oh, das war schon. Toll, einer oben und einer unten. Einer oben und einer unten. Ich habe gerade zwei Nades. Patrick, in der Mitte ist einer am Pushen und hinten hinten ein Fenster. Willst du jetzt eine Minute warten? Ja. Bei mir beschwert sich Tino mich. Du hast ne scheiß Pistole, man. Easy. Ace. Incoming. Ich hatte wenigstens den Vorwand, dass ich ne ABP save. Ja, meine P250 war auch nicht gerade glücklich. Patrick möchte Kevlar saven. Dann auch Kevlar im Pistole. Du hast eh von T gekillt. Eben? Hm. Alter, wie der leckt. Alter, wie der leckt. Evil. Der hat einen, der darf sich echt lecken. Komm, lass mal noch zwei Runden gewinnen hier, bevor du wechselst. Lass mal einfach auf B rushen. Mit Essen. Okay. Okay, mach ich. Oh Gott. Du hast es sich gerade angehört. Ja, aber. Dum dum gib mir Gum Gum. Richtig. Also irgendjemand hat gerade gesagt, der ist immer auf K. Richtig? Nein, war er ja nicht. Eben war einer Onspot. Weil der auf dem Auto war nicht da. Aber das heißt ja nicht, dass er jetzt nochmal so ist. Ja, dann ist er Onspot wahrscheinlich. Das heißt ja nicht. Irgendwas war ein K. Cool. Oh. Ja. Hab zwei AWPs im K. Dann schieß ich mir ne M4, ja? Nur ne eine. Und ich steck sie mir weg. Oh, der ist da, der ist da. Direkt rechts, Frau rechts. Ja, ich weiß aber. Warum soll ich mir den rushen? Liegt da erstmal die Bombe. Patrick. Ich dachte, der wäre links gewesen. Der macht nur einfach. Sogar Tinos habe was. Ich will ne M4 jetzt haben Tino. Nein. Ihr habt nicht mehr. Ihr habt nicht mehr geholt. Ich hatte fünf Bunt. Ich habe sie geschossen. Danke. Nein! Du bist kacke. Danke. Double Stacks sind zwei Leute. Zwei Stunden hab ich hier. Der andere war da auch mal. Oh fuck. Fuck. Sorry Malto. Solltet ihr auch leidtun. Connector. Zwei sind noch A gewesen jetzt. Ben Patrick hopp. Nee da ist noch einer. Patrick was machst du? Was? Achso. Ja und der, der hat auch gesteppt. Alter jetzt haltet doch mal weiter die Schnau. Wieso? Wir waren entweder drei Leute. Mike hat auch geregelt mit Mike. Ja das waren Mike und dich gerichtet. Achso. So. Ja ich hab nämlich gesagt, das kann auch einer B sein. Weil der hat grad gesteppt. Ja.